Tja, moin Leute, es ist Wugel am Start mit einer weiteren Folge zu Paragon und heute, ich hab's euch schon angekündigt, werde ich ein bisschen supporten mit Muriel und ich hab wieder einen Farms am Start, moin moin. Ja, moin. Er hat schon ein bisschen vorgelevelt und hat sich gedacht, dass er jetzt den Feng Lau heißt einer, glaub ich, oder? Mau. Feng Mau. Feng Mau. Feng Mau. Nicht schlecht. Ich bin gespannt, wie er rasieren wird, denn ich werde ihn so gut wie möglich supporten, hab mir sogar ein eigenes Deck zusammengestellt, dass ich mir einfach mal angucken möchte. Ich hab hier irgendwie grüne Karten und irgendwie so ein paar Special-Karten noch ausgepackt, gerade aus Decks, die man bekommt, wenn man Spiele abschließt und die werden wir heute in der Runde nutzen, um vielleicht ein bisschen mehr noch auf die Kacke zu hauen, als wir es vorher in den zwei Videos schon getan haben. Rechts ist schon einer, dann würde ich sagen, gehen wir in die Mitte, weil links sind nämlich auch schon zwei Leute. Ich glaub, so eine generelle Aufsteilung von den Lanes her gibt's noch nicht, oder? Ist mir jetzt zumindest nicht aufgefallen. So wahrscheinlich so, wie er grad Bock hat. Ja, okay, alles klar. Wir haben jetzt gerade Bock, die Mitte zu rocken und ich geh ganz, ganz, ganz kurz auf die Fähigkeiten ein. Links-Klick ist ein Standard-Angriff, da werfe ich so eine Energiekugel. Ich bin Supporter, spiele allerdings ein offensives Deck. Offensives Deck bedeutet, das ist einfach nur, ich hab mir Karten gesucht, die krass sich erstmal lesen, obwohl ich mir dachte, okay, das probier ich aber aus. Es gibt allerdings diverse Möglichkeiten, um meine Leute zu supporten. Rechts im Austaste zum Beispiel ist Eifer. Da werfe ich einen Schild für meinen Maid, in dem Fall jetzt auch Farms. Er bekommt einen Schild, was Schaden absorbiert und er bekommt mehr Bewegungstempo. Dann habe ich auf der Kuh Gleichmut. Das skill ich jetzt als erstes, zeige ich euch mal. Die Kuh geht an und dann werfe ich so eine schöne Energiekugel und die macht 67 Schaden gerade am Gegner. Ist gar nicht mal so schlecht. So, Farms, da dein Hero, den du gerade spielst, wahrscheinlich einer der nächsten sein wird, die ich auch mal auspacken möchte, bin ich natürlich auch gespannt, wie wir hier zusammen rocken können. Also, wir haben gerade eben... Also, er fühlt sich, der Auto-Attack fühlt sich übelst schwammig an, weil den macht er ganz langsam. Okay, wie viel Schaden machst du pro Hit gerade? 50. 50, alles klar. Also, ich bin auch bei 50, aber... Aber das ist AOE-Schaden. Alles, was von seinem Schild getroffen wird. Okay, alles klar. Alles klar. Na, dann sieht das Ganze schon wieder ein bisschen anders aus. Wir lassen uns mal überhören. Das ist geil. Wir wurden allerdings schon des Öfteren mal so ein bisschen rasiert von dem Hero, wenn die im Gegnerteam zum Beispiel waren. Das ist ein Held, der extrem gut flankieren kann und die Gegner von hinten so zerruft, würde ich jetzt einfach mal sagen, weil du hast auch Schilde und so, ne? Ja, ich habe Schilde und ich weiß jetzt auch, wieso der uns so flankiert und ich sie's hüttet. Okay, hau raus. Deine Kuh ist ein Teleport, der Schaden macht. Alles, okay, alles klar. Also, à la Li Ming. Nice, sehr schön. Das bedeutet, dass wir... Wir gucken jetzt erstmal, wie viel wir gegen Steal ausrichten können. Es ist ein Tank, den ich in der Folge davor gezeigt habe. Wir gucken mal. Vielleicht können wir ein bisschen pushen. Ich kann ihn, glaube ich, ganz guten Schaden machen, da meine Damage-Spells, glaube ich, gar nicht schlecht sind. Und ich skille jetzt mit der rechten Maustaste, wie gesagt, das ist mit dem Schild. Das habe ich für einen guten Farms am Start und trinke jetzt auch mal gerade meinen ersten Mana-Trank. Ich finde es halt extra... Oh, guck mal, der wirft sein Schild jetzt wahrscheinlich. Warum auch immer. Okay, er lässt es erstmal sein. Ich hau meine Kuhnummer rein und putz. 67 Schaden lässt sich auf jeden Fall sehen. Du hast viel Schaden geschluckt. Man zieht Aggro. Also es ist tatsächlich so, dass der Sauer anfokussiert, wenn man am Turm steht und dann ein bisschen Schaden drückt. Das sieht auf jeden Fall nicht so geil aus. Wollen wir mal auf die rechte Länge? Ja, ja, wir gehen mal, wir gehen mal, wir gehen mal. Hey, Muriel, Muriel. Komm, komm, komm. Sie hat schon mal Schaden gefressen. Du hast eine rechte Maustaste. Komm, 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 komm. Alles klar, es reicht schon. Das reicht schon, ansonsten wirst du krass gefokust jetzt auch schon. Oh ja, ich krieg ziemlich Schaden. Hast aber erstmal ganz gut gemacht. Jetzt wird hier unten gerade nochmal gefeitet. Hier ist auch gerade niemand mehr am Start. Aber da vorne liegen übelst viele Kugeln. Ah, ich hab grad ein bisschen Damage kassiert. Sie jetzt allerdings auch 72 mittlerweile schon. Nicht schlecht. Ich würde sagen, wir pushen hier nochmal ganz kurz. Oh, dann gehen wir wieder auf die Midlane, oder? Ich trinke mal ganz kurz eine Warnung. Ingestanden. Nein, High-Trank. Du bist alleine? Ja, sie ist. Ja, ja, ja. Also, wenn du rauf möchtest, dann geh auf jeden Fall. Ach, das war der Teleporter gerade? Ja. Nice. Komm, du hast... Ich bin out of mana, deswegen, ich brauche ein bisschen Mana ganz kurz. Hier ist auch wieder unser Mate. Also, wir können weggehen. Alles klar, alles klar. Ich porte mich tatsächlich zurück. Ich hau mein Mana raus komplett. Oh, sag jetzt immer meine E. Das ist ein schöner Damage. Ich weiß gar nicht, ich gebe dir mir auch nochmal ein Schild, beziehungsweise meinen Leuten. Ja, es gibt Energieschaden und meine Leute werden ein bisschen, äh, kommenden schönen Schild. Alter Schwede. Ich brauche mich mal ganz kurz. Pass ein bisschen auf. Oh, ich bin sehr low, ja. Ja, 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 ja. Weg. Oh, ich will weg. Danach, äh, beziehungsweise ich habe jetzt schon wieder vier Punkte, die möchte ich ganz gerne ausgeben. Punkte ausgeben ist extrem wichtig und ich sage jetzt, Zepter des Rissmagiers, 7,6, mehr Energieschaden und mehr Crit Chance. Ganz, ganz wichtig, möchte ich auf jeden Fall haben und dann gehen wir mal in die Shift und gehen wieder ab in die Mitte. Kann ich jetzt auch sagen, dass in der Mitte jemand fehlt? Allgemein, nee, ich bin gleich zurück, alles klar. Nee, also vielleicht, gibt es das woanders? Kampf. Ah, Mia, fehlende Gegner. Siehste, da, da funktioniert es. Also rechts Kampf und dann haben wir direkt Mia am Start. Das heißt, ähm, Miss All, glaube ich sogar, oder? Könnte, könnte auf jeden Fall gut sein. Ähm, wir können in der Mitte vielleicht ein bisschen pushen, ich glaube, das ist ganz gut. Weil auf der linken Seite ganz viele sind, wir sind auch Level 3 gerade, wir sehen es ja unten. Level 5 ist kritisch, denn mit Level 5 habe ich eine Ultimate, die global eingesetzt werden kann. Und mit global einsetzen meine ich, dass ich durch die gesamte Karte fliegen kann, um meinen Teammates ein Schild zu geben, wenn ich schon sie anklicke und anvisiere. Und wenn ich ankomme, noch mal ein Schild gebe und alle Gegner zurückstoße. Das heißt, es ist wie so ein kleiner Support-Gott, ähm, möchte ich jetzt einfach mal sagen, die da ordentlich, ähm, supporten kann. Links ist, glaube ich, jemand down. Ich guck mal kurz, was ich auf Level 4 skille. Ich mag meine Kuh einfach, diesen, diese Energiekugel zu werfen. Steal mache ich jetzt 83 Schaden mittlerweile. Und dann ist er halt auch geslowt, das heißt, du kannst da auch nochmal schön raufgehen. Ich glaube, das ist ganz, ganz in Ordnung. Willst du auf der linken Seite, wollen wir da zusammen rotieren? Ähm, ja, können wir. Alles klar, komm, 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 lass auf die linke, lass auf die linke. Oh, guck mal, da kommt jemand. Alter, 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 du hast, du hast ein Schild, du hast ein Schild. Ich werde allerdings... Oh, komm, 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 mein Shift geht an. Ich kann dir leider nicht helfen gerade. Dreh dich mal um, ich glaube, wir können nicht fighten. Komm, 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 komm zurück, ich hab gleich nochmal ein Schild für dich. Ah, 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 ah. Mana niedrig. Nee, nee, Mana ist richtig. Nee, nee, ist okay, auf jeden Fall. Oh, dammit. In dem Moment hatte ich ein Teleport-Ready. Scheiße, oh, bitter, bitter, bitter. Ich konnte dir leider nicht helfen. Ich versuche jetzt auch einfach Level 5 zu machen, um mich dann back zu porten, um dann den richtigen Moment auch auf den Gegner, beziehungsweise auf meine Team-Mate zu gehen. Damit hätte ich hier zum Beispiel auch gerade den Arsch retten können. Oh, ich hab gequittet, alter Schwede. Oh, 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 oh. Oh, er hat aber Schott kassiert, Alter. Die wollen hier ein bisschen zu viel gerade in der Mitte. Ja, ich bin gleich wieder da. Okay. Ich kann jetzt mit meiner Automatischen... Oh, guck mal. Oh ja, oh ja, perfekt, perfekt. Die haben wir bei Ultis, ne? Ja, das ist mir egal gerade. Erst mal geslought. Ich muss ein bisschen auf meinen eigenen Arsch aufpassen. Ich bin nämlich gleich tot. ich brauche auf jeden fall ganz dringend ein level ab damit ich level 5 bin mit level 5 ultimate und so habe ich jetzt schon ein paar mal gesagt kriegst du kriegst den kill damit er nicht level 5 alles gleich braucht mich zurück ich wollte mich sofort zurück ist meine schicksalswende das ist das was ich meinte ich fliege meine leute an und der da die mir da gerade sehen könnte vielleicht von interesse sein wie sieht es bei dir aus halbe leben ist der unten aber ich auch also ob du eine ultimate brauchst das war eher meine frage sie doch sie doch nicht aber ich lass lieber mal okay ich komme ich komme ganz in ruhe vorbei auf der linken lane pushen die schon wieder mega beziehungsweise geht gerade shahin hin ich komme ganz kurz mit in die mitte und bitte ist müssen er lasst das links lang lass links kommen wir wir rassieren links setze ich gehe in die ulti ich habe ihn anvisiert springen jetzt an um es einfach mal gezeigt zu haben ich habe einen cd von zwei minuten knapp ist ganz gut um das mal zu demonstrieren wie gesagt wenn ich ankomme gibt es auch noch meinen schild knapp zwei minuten muss ich jetzt noch warten die zeit würde ich ganz gerne nutzen um jetzt hier auf der auf der ganz linken lane durchzupuschen weil ich habe hier einen tank am start der mit den zwei also dieses urvieh ich nenne es jetzt einfach mal urvieh ich nicht nicht nett ich weiß aber ich glaube der ist so ein damage und so ein offensiver guck mal hier hast du ein schild von mir ein offensiver tank oder so ein bisschen ja also ich glaube der kann aus guten schaden alter der magier wissen wir morgen hier kurz 108 schaden plus 58 auto tag gleich hinterher so kannst du kannst auf jeden fall gehen sehr wenig mana alles gleich auch meine e-man kurz rein wenn du wenn du so wenig mana hast kannst du gerne zurückgehen noch mal mir ist mir ist es egal hast du noch mal mal anfang immer alles klar wie du magst wie du magst ich werde auf jeden fall das ist ja mal geil was denn während dem backport rauchte eine pfeife also das ist der chiller vom dienst so gefühlt okay sehr gut level up level 6 so level 6 bedeutet ich möchte meine kuh noch mal ein bisschen zu ein bisschen verstärken und lebensdrang beziehungsweise eine health potion brauche ich jetzt gerade nicht ultimate in 40 sekunden 123 kürz mache ich jetzt mit meiner linken also wird man ganz normalen standard angriff eben dadurch dass ich diese oha dass ich diese offensiven items genommen habe komm jetzt wieder links und damit 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 kommst du da weg ne ich komme da nicht weg und gleich da mach die kuh an immer jedes mal wenn er ich habe die ganze zeit das war ein guter punkt um das mal um zwar rauszufinden kommst du da noch weg alter du du in geld hier ist auch eine war ja 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 ich weiß ich weiß es war war zu bad aber es ist in ordnung das muss man hat auch mal eben ich habe gerade versucht weg zu binden ich wollte wegrennen durch die ganze zeit die schrift schrift ist ja dieser flugmodus hast du dich schneller bewegen kannst wenn du aber angegriffen wird zwischenzeitlich wird das ganze unterbrochen das wollte ich jetzt einfach noch mal ganz kurz herausfinden und habe ich jetzt rausgefunden also weiß weiß ich auf jeden fall bescheid links wird leider mega gepusht deswegen ich gehe mal links kurz lang vielleicht kannst du dann auch gleich noch mal mit an den start kommen ja ich bin direkt hinter dir okay ultimate is ready das heißt das nächste mal wenn ich irgendwie ich versuche die ganze zeit so ein bisschen die lebenspunkte meiner leute auch im auge zu behalten weil eben dieser flug bzw verbündet dazu umzerstört die sind durch damit vielleicht können wir sie flankieren damit wir sehen wenigstens noch mal ein kill irgendwie ja gucken wir mal können ja von oben vielleicht sehen die uns nicht ja er hat sich schon weggeportet nee nee das wird nichts wir können die gelegenheit nutzen hier vielleicht jetzt selber durch zu pushen ich achte auf die hit points wir machen einfach unser ding hier erfahrungs würde ich sagen alles klar wunderbar so gleich war ich meine ich glaube die ist sehr sehr gut mit wenn man murie spielt das war ein schön aoe damage machen kann habe ich jetzt zwar nur einmal glaube ich geskillt bis jetzt aber das sollte erstmal passen hit points sieht okay aus bei unseren leuten ja die wollen gerade ultra kiko auf jeden fall noch mal kurz ein bisschen massieren ja 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 okay meine e geht an ich gucke mal ganz kurz ob der magier wieder am start ist sieht aber aktuell noch nicht so aus alter der eine wird aber hart angegangen auf der anderen seite ich würde ich jetzt nicht schon direkt verlassen in der mitte ich habe gerade gesehen habt ihr es auch gesehen ich fliege da einfach mal hin um ihm ein bisschen zu supporten ich hoffe dass ich alles richtig mache ich weiß es nicht wo ich hier rein fliege aber der mit gegen den schild gegen den schild eieaeaPR oooo zieht der seine ulti durch ich glaub's ja ness also Famig ich will ganz kurz erzählen was passiert ist ich habe gesehen dass ähm ultrakiko also deren muriel den mate angeflogen hat da dachte ich bin das muss ich kaum dann ich habe dasselbe gemacht nur dass ich denn halt mit meinem teammate in der unterzappen war jetzt nicht das geiz okay alles klar ich habe wieder punkte die ich ausgeben kann ja 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 hast du manche hast noch mal ein schild ich habe ich bestehe nur noch aus schild zu den ich kriege nicht ich kriege nicht die reichweite reicht nicht aus ist das denn die möglichkeit alter ja das sind alle sachen die man noch ausprobiert deswegen ist er okay da hat mich tatsächlich kalari geholt es war gefühlte sekunde die ich da noch umstand ist oder so kannst wenn du möchtest hab zwar kein maler aber jetzt bin ja auch noch gesloot und ich werde von hinten von kann ja kalari alter knall die bitte einfach zerstören ich sehe gerade wiederholt guckst du hast du ein schild bekommen hast du ein du rätst da rein dadurch sterben wir jetzt die ball bringt ich gerade muss los ja ich versuche gerade meine meine team aber die greifen dich nicht an doch jetzt war denn auch vergangenheitsform das war vielleicht ein bisschen meine schuld jetzt kann ich gebrauchen ja 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 ich bin da ich bin da ich bin da ich bin da wollen wir weg gehen oder weiter freig ruhig Alter komm 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 den tank vorne den tank vorne Ich hab in vier Sekunden ulti. Nil Kalari rasiert mir in den Arsch gerade. Wo ist das rechte Team eigentlich? Ich hab keinen Mana. Kriegst du eine rechte Maustaste? Nee, du kriegst keine rechte Maustaste. Wo ist das Team eigentlich gewesen? Scheiße. Ah, damn it. Oh, holy, unser Mage eskaliert richtig. Der ist aber auch ein bisschen deep da. Ja, aber wir haben einen Kill gekriegt zumindest. Und der Tank, oah, lololololho, der Tank rasiert mir den Popo. Ziel macht zu viel Schaden. Alter. Wer macht zu viel Schaden? Ziel. Der macht echt krass Schaden. Guck mal, guck mal auf der rechten Lane. Wir haben Splitpush gerade am Start. Nice. Ich komme jetzt auch auf die Mitte oder soll ich links hingehen? Nice. Wir können links hingehen. Ich habe leider keine Ultimate Ready. Das heißt, ich kann nicht heranspringen. Echt krass. Ja. Ah, da ist was umgekippt, ey. Kalari versus Tank. Oh, guck, guck dir den Tank an. Ja. Wie auf die Fresse kriegt. Jetzt wird sie unsichtbar. Einfach, weil sie sich denkt, nö. Nö. Auf der rechten Seite machen sie gerade unseren in der Mitte. Und in diese Super-Mutanten. Ich kann vor Steel eigentlich schon wegrennen, weil die mich richtig nackig machen. Wollen wir mal rechts hingehen? Ja, ich versuche gerade schon zu deathen hier. Ich würde mal von oben einfach auf die drauf springen, YOLO, mit meiner Ulti. Aber das Steel, ich weiß nicht, also. So, ich habe nochmal ein bisschen Punkt, ey. Mache ich nochmal hier den großen Zauber. Ich kann halt auch, das fühlt sich halt immer so, äh, nicht so geil an, wenn du Support ist und du kannst eigentlich nichts machen, weil du nur zuguckst, wie deine Leute rasiert werden. Dann hast du deine Cooldowns. Dann funktioniert das nicht so, wie du dieses vorstellst. Oh, guck mal hier. Da kommt jetzt erstmal der dicke Schild. Oh, 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 nein, ich will da nicht drin stehen. Level-Aufstieg, immerhin. Oh, unser Chor. Ach, nee, wobei. Doch, doch, die greifen immer noch an. Komm, 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 vielleicht, vielleicht aber... Läumann, manchmal ist man gestunt, wenn man durch den Schild läuft, manchmal aber auch nicht. Ja. Das ist ganz komisch. Linke Maustasse. Oh, Snowmanco, wir unbedingt den Kill haben. Wir haben hier halt auf der linken Seite Super-Menions, ne? Wir könnten da theoretisch, wenn wir zu fünft werden, durchrennen. Dann hätten wir eine Chance, wenn wir gut fighten, könnten wir es finishen. Ja. Die Mitte ist auch schon sehr low. Das stimmt, das stimmt. Vom Pushen her sind wir besser wie die Gegner. Angriff, linke Strecke, go, go. Vielleicht ist das Ding noch nicht durch. Okay, sie hat sich gerade geportet. Wir sind alle am Start. Beziehungsweise ich warte auf den Rest. Ja, ich bin auch da. Du bist auch da, wunderbar. Kommen wir mal einen Mana-Trank. Meine Level, immerhin Level 14 jetzt schon. Wir brauchen Hilfe. Angriff, linke Strecke, go, go. Hilft uns. Oh, damn it, damn it, damn it, damn it, damn it. Kommen drei Leute und der will... Och, Glück gehabt. Der will auf uns springen. Ja, 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 ja. Becky. Wieder rennen. Becky ist abgelaufen. Guck mal, der ist schneller wie wir. Lann, warum bist du denn schneller, du Vogel? Ja, das war schlecht von dir. Das war eine schlechte Ultimate. Das tut mir sorry für dich, aber... Wo bist du denn? Ach, da. Ja, 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 ja. Gar nicht gesehen. Guck mal, die kämpfen gerade gegen die dicken... Ja, aber wir sind nur zu zweit. Geh weg. Ah, ich renne schon. Und unsere Mates kommen aber. Oh, oh, das heißt dicker Clash, oder was? Äh, hier ist... Ähm... Äh... Rot. Warum? Was ist das denn für ein... Ich wurde gestunnt und dann stand diese unsichtbare Kalari neben mir. Oh. Du auch ziemlich heftig, ne? Ich bin gerade mit der Ulti im letzten Moment rausgegangen, weil wir waren halt nicht zusammen irgendwie... Die haben richtig krassen Burst-Damage. Ja. Und dieser komische Stun, wo man von so orangenen Dingern festgehalten wird. Was war denn das? Von wem war denn das? Weiß ich nicht. Oh, der... Leute, der Stil, der hat doch Langeweile. Der kennt bestimmt mich. Der kennt bestimmt meinen Namen. Der will, dass ich ein Video aufnehmen und richtig wieder in der Arsch aufgerissen wird. Er rennt mir immer noch hinterher. Ist das ein Lappen, ey? Die Animation von dir sieht aber geil aus. Ja, sieht schon cooler aus, auf jeden Fall. An enemy is epic. Ja, das hört natürlich riesengern. Oh, oh, er kommt, er kommt. Mit Ulti. Links sind die am Puschen. Er hat mich rasiert. Und er ist direkt bei uns in der Base. Und er rennt da durch. Als wäre alles egal. Der linke Inhibitor ist wieder da. Wollen wir jetzt auf die Mitte gehen? Er ist fast down. Können wir machen, können wir machen, können wir machen. Ich glaube, es ist hier gerade außenrum vorbei. Ach, hier, ich bin jetzt bei so einem Sammler. Aber ich habe keinen Schlüssel dafür. Ah, alles klar. Der Schlüssel, wo man mitnehmen muss, glaube ich. Oh, 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 oh. Ich habe es gerade gehört. Ich habe es auf der Minimap gesehen. Was? Die Leute sind mir, kleben mir am Arsch. Steel ist schon wieder am Start. Aber wir sind ja auf der Mitte richtig gut am Puschen. Wir haben den Orb Prime aktiviert. Wir gehen jetzt einfach auf den In-Korn gerade. Ja, 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 ich bin da, ich bin da, ich bin da. Ich bin reingeflogen gerade. Go, go. Wir haben nicht viel Zeit. Wir haben nicht viel Zeit. Angriff, Hauptkugel. Wir haben aber viel Schaden. Wir haben richtig viel Schaden gerade. Die wollen auch gerade, die wollen auch finishen. Nein, nein, nein. Wir haben es nach 48 Minuten geschafft. Nice, wir haben es gewonnen, ne? Alter Farms, Mann. Alter Farms, Mann. Wir haben das sowas von... Alter. Alter. Ja, wir haben es gewonnen. Wir haben einen krass guten Job gemacht. Im Gesamten. Ich bin jetzt Level 8 übrigens. Ja, weil das mir einfach mal eineinhalb Level gegönnt hat, das Ganze. Und ich habe die gute Dame ausgepackt. Und es hat Spaß gemacht. Und ich habe sogar... Habe ich wieder Kartenpackungen bekommen? Paragon Deck und zusätzlich einen Deckplatz. Also, kurz ins Profil gucken und in unsere Decks. Sieht alles noch standard aus. Das ist so die Oberfläche des Decks. Da gucken wir irgendwann mal in einem separaten Video, glaube ich, rein. Aber ich muss sagen, dass ich nicht mehr damit gerechnet habe, dass wir dieses Ding hier nach Hause holen. Deswegen niemals aufgeben. Da hat man schon recht. Man kann das Ding bis zum letzten Moment noch irgendwie nach Hause holen, ey. Auf jeden Fall. Farms, danke dir. Vor allem durch so eine sneaky Aktion jetzt am Ende, wo wir einfach mal durchgerannt sind. Ja, definitiv, ey. Schöner Call. Das war ein richtig guter Call. Danke dir fürs Mitmachen wieder. Ja. Und beim nächsten Mal werden wir nicht supporten. Beim nächsten Mal werden wir auf die Kacke hauen. Nämlich mit einem Damage-Dealer. Wer das genau sein wird, das werde ich mir noch überlegen. Das werde ich mir noch angucken. Aber es macht Spaß. Und es ist ein geiles Gefühl am Ende, denn als Gewinner natürlich nach Hause gehen zu können. Vor allem bei solch langen Runden, die wirklich lange gehen teilweise. Muss man wirklich an der Stelle mal sagen. Hat einen gewissen Spannungsfaktor. Wir kennen es von anderen MOBAs auch, wo die Runden ein bisschen länger gehen. Und man umso gefrusteter ist, wenn man verliert. Aber umso geiler man sich fühlt. So wie jetzt zum Beispiel, wenn man das Ding nach Hause geholt hat. Also, danke schön fürs Zugucken. Und wenn es euch gefallen hat, dann haut den Daumen hoch. Stay tuned. Das war Smuggel. Und wir sehen uns in der nächsten Episode. Okay. Vielen Dank.